Herzlich willkommen beim Format Aktien im Fokus mit Free Stocks und Fit for Finance. Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Jegen wird auch dabei sein und wir haben heute eines der High Flyer mitgebracht aus dem Aktienbereich USA. Mahlzeit Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, heute wird es super und heute geht es um Microcomputer. Wie heißt der Wert? Super, Microcomputer SMCI ist das Sticker-Symbol und die Aktie ist ja förmlich explodiert, könnte man sagen. In jüngster Vergangenheit kam es auch etwas zurück und vor diesem Hintergrund möchten wir diesen High Flyer heute einmal näher analysieren. Ja, noch ein Chip-Wert, kann man sich vielleicht fragen. Es gibt ja viele Chip-Werte, aber es gibt auch ganz viele Anleger und Anlegerinnen, die sich eben auf das Segment fokussieren und da kann es wahrscheinlich gar nicht genug Werte geben. Was macht die Firma überhaupt? Wir haben hier auf der linken Seite den Gründer bzw. den Mann aus dem Gründer-Ehepaar. Ja, da geht es letzten Endes auch um Infrastrukturprodukte, die zusammen mit künstlicher Intelligenz angereichert den Datenstrom im Internet noch effizienter gestalten sollen. Ja, Super Microcomputer ist letztendlich in der Tat einer der größten Produzenten von hochperformanten und hocheffizienten Serverlösungen. Ja, und von der Geschichte her 1993, ich habe es schon vorweggenommen, es war das Ehepaar Charles und Chichu Liu Liang. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. In Kalifornien ging es los und eines der markanten Dinge, die das Unternehmen mitbringt in der Historie ist, ab dem ersten Quartal wurde Gewinn verzeichnet. Ja, das ist schon in der Tat eine Überraschung. Da hat es nicht lange gedauert, bis man da wirklich solide gewirtschaftet hat, bis man in der Tat hier Quartal für Quartal konstante Gewinne generiert hat und so ist das Unternehmen über die Zeit immer weiter gewachsen. Man hat auch sehr schnell expandiert weltweit. Es gibt schon seit Ende der 90er Jahre auch eine Niederlassung entsprechend in den Niederlanden unter anderem und auch ansonsten ist man breit aufgestellt letztendlich. Das IPO ist auch schon einige Jahre her, 2007 war das der Fall. Also man hat schon eine lange bewegte Historie hier auch hinter sich. Ja, und ja, darauf schon 800 Vollzeitmitarbeiter, die meisten davon auch in Kalifornien. Also da wurde nicht in China groß produziert und dann nur Made in California draufgeklebt. Gibt es ja auch Unternehmen, die das machen. Die Aufteilung war recht sportlich. Die Hälfte ungefähr für die Entwicklungsabteilung und die Forschung und die anderen saßen in der Fertigung. Und das ist ja auch dann letzten Endes der Grundstein dafür, dass die Entwicklung immer weitergeht, wenn so viel geforscht wird. Ja, das auf jeden Fall. Das hat Sinn gemacht, dass man da immer auch groß investiert hat in die Forschung, in die Weiterentwicklung. Und das macht sich letztendlich jetzt auch gerade bezahlt, dass man auch schon relativ früh hier das Thema KI aufgegriffen hat und dafür jetzt einfach hocheffiziente Server Lösungen hier auch anbieten kann. Ja, vor lauter Forschung und Fertigung hat man auch mal vergessen, einmal den Jahresabschluss rechtzeitig einzureichen. Und dann gab es tatsächlich investigativer Journalismus, kann man das, glaube ich, wohlwollend formulieren, von Bloomberg in den USA, dass hier in einigen Bauteilen Spionagesensoren eingebaut wurden. So hieß es, aber das Wort entkräftet, weil nämlich die Bauteile allgemein von Hackern ausgenutzt werden können. Also nicht nur bei der Firma, sondern von allen Firmen, die solche Bauteile verwenden. Also brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, war ein Riesenskandal damals, ist ein bisschen was kleben geblieben, aber man hat sich trotzdem mit positiven Entwicklungen davon losgelöst und mit starken Kooperationen, wie zum Beispiel mit NVIDIA, da ist es wieder. Genau, da ist es wieder. NVIDIA ist natürlich ganz klar der Treiber auch dieses KI-Hypes hier in jüngster Vergangenheit. Die NVIDIA-Aktie hat sich vervielfacht und ähnlich jetzt auch die Super-Microcomputer. Und ja, da braucht es natürlich nicht nur die Grafikkarten, die Chips von NVIDIA, sondern es braucht auch richtige Serverlösungen. Und da hat wirklich entsprechend hier Super-Microcomputer sehr, sehr gute Speicher- und Serverlösungen am Markt, die man wirklich breitflächig hier auch an den Markt ausliefern kann. Und breit oder groß sind dann auch die Margen, die mit diesen Produkten verbunden sind. Das Wachstum hat sich in diesem Bereich fast um 50 Prozent nach oben geschraubt. Im Jahresvergleich, da sind schon exorbitante Wachstumsraten. Exorbitante Wachstumsraten, ganz klar. Wenn man jetzt auch mal auf die letzten Quartalszahlen kurz schaut, wir haben sie nicht im Detail hier aufgelistet, aber ich nenne mal ein paar Zahlen. Das war in der Tat ein Wachstum von mehr als 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, was den Umsatz entsprechend anbelangt. Das Ergebnis je Aktie hat sich auch deutlich erhöht, entsprechend auf 5,59 Dollar, nach zuvor 3,26 Dollar. Die Marge, die Bruttomarge kam in der Tat etwas unter Druck. Die hat sich sogar verschlechtert auf 15 Prozent von vorher, 18,8 Prozent. Aber das war durchaus so geplant, weil das Unternehmen will auch nach eigenen Angaben Marktanteile durch diese aggressive Preissetzung gewinnen. Und das scheint sehr, sehr gut zu gelingen. Und so avisiert man auch für das dritte Geschäftsquartal, das jetzt ansteht, entsprechend hier in den kommenden Monaten ein sehr, sehr starkes Wachstum an. Der Umsatz soll weiter extrem stark ansteigen. Das wären fast 200 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal, wenn das aufgeht, was man hier aktuell plant. Und so soll es auch entsprechend weitergehen. Also da hat man wirklich einiges vor, auch in der nahen Zukunft. Das Ganze weltweit, allein in den USA von 2022 auf 23, 60 Prozent, knapp Wachstumsrate. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass mehrere Analysten diese Aktie entdeckt haben. Und natürlich auch diejenigen, die die Aktie in den Privatanlegersegmenten handeln. Und die sind zum Beispiel im Forum von Wall Street Bets regelrecht in Scharen auf den Wert aufgesprochen. Ja, das auf jeden Fall. Also die Aktie könnte man förmlich auch als Meme-Aktie bezeichnen. GameStop und AMC war in der Vergangenheit. Heute zählt die Super Microcomputer. Die wird sehr, sehr stark gehandelt. Extrem hohes Volumen in den letzten Handelstagen, in den letzten zwei Handelswochen. Und da werden natürlich auch alle Privatanleger neugierig und versuchen da vielleicht sich zu positionieren und ein Stück von der Volatilität hier mitzunehmen. Ja, Volumen ist das eine Volatilität. Du hast es gerade gesagt, das andere. Also zweistellige Prozentbewegung pro Tag mal 11 Prozent nach oben am nächsten Tag nochmal 14, dann aber wieder 20 nach unten. Das muss man auch aushalten können, oder? Ja, auf jeden Fall ein sehr spekulativer Wert. Also für mich nichts fürs langfristige Investment. Auch nicht fürs Swing-Trading, sondern eher als Daytrader kann man dann mal eine Position hier eingehen, vielleicht Intraday, aber dann vielleicht auch eher abends glattstellen, damit man ruhig schlafen kann, weil Gaps von durchaus 10 Prozent stehen hier auch an der Tagesordnung. Genau, also wer da ganz ruhig so eine Aktie liegen lässt und sagt nach fünf Jahren, oh, ich habe 4000 Prozent, Chapeau. Ja, das auf jeden Fall. Die Aktie war natürlich deutlich ruhiger in der Vergangenheit und lief natürlich im letzten Jahr schon extrem gut. Gut, aber diese, ja, mehr als parabolische Bewegung, die man jetzt gesehen hat, sowas habe ich auch lange nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in den letzten mehr als 15 Jahren, in dem ich hier die Börse sehr aktiv täglich verfolge, das sieht man nicht alle Tage, dass eine Aktie wirklich, ja, die ist ja nicht ganz so klein, es ist ja schon ein etablierter Wert, aber dass die dann so steil geht und ja, explodiert, sieht man nicht alle Tage. Genau, also es ist ja kein Penny-Stock, da sieht man solche Charts natürlich, aber es ist ein großer Wert und da schalten sich jetzt auch die großen Anlagehäuser ein und sagen, wie zum Beispiel Newell's Fargo, das ist doch ein bisschen zu weit gelaufen. Wenn man sich das Gros der Analysten aber ansieht, gibt es tatsächlich auch noch ein Kursziel von 1300 US-Dollar und die Mehrheit ist hier auf Kaufen gepolt. Ganz genau, da kam auch gestern dieses Kursziel von 1300 hier raus über die Ticker, also da scheint durchaus bei dem einen oder anderen Analysten noch Potenzial ausgemacht worden zu sein. Dann die eher negative News von Wells Fargo, also die Analysten sind sich auch nicht ganz einig, es gibt durchaus einige Kaufen-Ratings, aber auch viele neutrale Ratings nach dem jüngsten Kursanstieg. Ja, und auch nach dem jüngsten Kursabschwung sind ja die 1300 Dollar schon wieder rund eine Verdopplung. Wir schauen uns das mal mit dem Free Stocks Web Trader genauer an. Ja, schauen wir uns die Aktie zunächst hier im großen Bild etwas näher an. Im Wochenchart, da sieht man ja zunächst eine lange Seitwärts-Range hier letztendlich im Jahr 2021, 2022 und dann sieht man, dass die Aktie schon im letzten Jahr angesprungen ist und sehr, sehr gut gelaufen ist. Die hat sich fast verdreifacht hier entsprechend von ca. 80, 85 Dollar Anfang 2023 bis in den Bereich von 250 Dollar, dann Ende 2023 und ab diesem Zeitpunkt hat sie sich jetzt noch mal innerhalb kürzester Zeit hier auch verdreifacht. Das sieht man dann auch etwas besser hier noch im Tagesschart. Spätestens seit diese Hürde von ca. 350 Dollar hier genommen worden ist Mitte Januar. Ja, kannte die Aktie kein Halten mehr. Man sieht kaum nennenswerte Rücksetzer bis zu den Hochs über 1000 Dollar und ja, seit dieser auch psychologisch wichtigen Marke kam die Aktie sehr, sehr stark zurück. Am Freitag knapp 20 Prozent verloren. Gestern Intraday, wenn man da auch mal vielleicht etwas reinzoomt, ging es zunächst weiter abwärts bis zu dem Tief knapp unter der 700 Dollar Marke. Dort hat die Aktie aber schon wieder Intraday-Kaufinteresse gefunden und konnte dann den Tag hier auch im Bereich von 787 Dollar beenden. Also da sieht man fast 100 Dollar hier Schwankungsbreite. Das ist natürlich extrem. Freut sicherlich jeden Daytrader, der kurzfristig da vielleicht mal 10, 20, 50 Dollar pro Aktie, muss man sagen, hier mitnehmen kann. Das ist natürlich extrem viel und ich denke, man kann weiter davon ausgehen, dass die Aktie auch in den nächsten Tagen volatil bleiben wird. Heute Abend haben wir noch die Nvidia-Quartalszahlen, die könnten hier auch für eine große Reaktion bei dem einen oder anderen Mitbewerber aus diesem Segment sorgen. Von daher sollte man die Aktie auch von heute auf morgen vielleicht nicht über Nacht halten, sondern eher Intraday handeln. Und dann wird es noch einige Zeit dauern, denke ich, bis die Aktie vielleicht nach einer Konsolidierung dann auch nochmal ein vernünftiges Swing-Trading-Setup bieten kann oder sogar ein längerfristiges Signal. Die Aktie ist immer noch knappe 100 Prozent vom 50-Tage-Durchschnitt hier entfernt. Das ist extrem weit, das sieht man extrem selten. Von daher, ja, aus mittel- oder langfristiger Sicht ist hier eher Vorsicht geboten. Wer es volatil mag, hat hier sicherlich einen sehr spannenden Wert. Ja, wir werden das natürlich auch insofern updaten, als dass wir darauf aufmerksam machen, wenn es dann tatsächlich da auch Quartalszahlen oder andere Meldungen gibt. Also dranbleiben, Kanal abonnieren, das macht auf alle Fälle Freude. Vielen Dank für die Expertise, Roland Jägel. Bis morgen. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao.